Was ist die Technik von Smartphone, Technologien eingebaut, digitale Technologien im Bad? Für mich persönlich und für Hans Krohe ist Technologie etwas, was im Badezimmer bei uns keinen Einzug hält. Innovative Technologie ja, aber bei uns alles rein mechanisch, ohne Elektronik dahinter, Sachen, die es dem Nutzer vereinfachen, für jedes Alter mehr Generationenbar zu nutzen und ein Rückzugsort, wo wir keine Technik brauchen im Sinne von digitaler Technik.